Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieben. Mein Name ist G aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto-Tainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. Ja, heute eine weitere Kurzvorstellung. Ihr habt es so gewünscht und so bekommt ihr es auch. Und zwar heißt das Projekt Loop Finance. Auf dem ersten Blick, beziehungsweise wenn man ein bisschen Recherche betreibt, ist es fast wie jede andere Plattform. Es ist auf Terra, es ist eine Art Exchange, so ähnlich wie Astro Port oder Terra Swap oder so. Das heißt, ihr habt hier alle Standardfunktionen Swappen, zwischen zwei Coins hier und herwechseln. Markets sind eben die Standardmärkte, kann man sich angucken. Man kann Farming betreiben, zwischen uns hier Token mit einem relativ hohen EPRs teilweise, weil am Anfang eben sehr stark inflationär ist und so weiter und so fort. Sieht nichts Besonderes aus und die Volumen sind niedrig. Also es gibt nicht wirklich besonderen Grund, jetzt hier rein zu investieren. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist noch nicht mal das hier. Und zwar geht es um diesen Teil hier. Das findet ihr hier oben unter Community. Das finde ich super spannend, was die hier bauen. Und das könnte man fast als Kopievorlage nehmen und irgendwie in unsere Community integrieren. Und zwar geht es tatsächlich hier um die Community. Was die hier aufgebaut haben, ist eine Art, ja, so eine Art, so ähnlich kann man sich es vorstellen, wie auf Amazon Bewertungen schreiben und die Bewertung vor anderen Bewertungen kommentieren. Also es geht darum, ihr könnt euch, jeder kann sich registrieren mit Sign-In oder Join-Now. Und dann könnt ihr anfangen. Hier ist eine Reihe von Hinweisen, ist leider alles auf Englisch. Das heißt, für alle, die jetzt auf Deutsch schreiben wollen, solltet ihr zumindest Leute genug motivieren, dort hingehen, euer Artikel zu bewerten. Weil wenn ihr jetzt auf Deutsch die Artikel schreibt, wird es schwierig sein. Ihr seht hier unten, nämlich die Anzahl Kommentare und die Bewertung zu den jeweiligen Artikeln. Und wie lange der Artikel zu lesen ist etwa. Und ich werde diese Seite für euch verlinken. Der hat hier, der ist von der Community selbst, Head of Community. Und hat hier einige Tutorials für den einfachen Einstieg, ja, geschrieben. Vor allem, worauf man achten sollte, wenn man hier anfängt zu schreiben. Also es geht um eine Plattform, die euch eine Plattform bietet. Ja, die Plattform ist Loop. Die bietet euch eine Plattform, um dort Artikel zu verfassen. Tutorials, Erklärungen, aber auch Marktbewertungen und sonst was. Wenn man hier ein bisschen googelt, ja, nach Newsfeed, dann gibt es alle möglichen Leute, die über alle möglichen Sachen schreiben. Also nicht nur auf Terra bezogen, ja. Aber insbesondere auch auf Terra bezogen. Aber auch global, ne, generell, um die ganze Krypto, NFT Sachen und so. Ihr seht hier, ne, alles mögliche an Schreiber. Ja, und das Ding ist, wenn ihr hier Artikel schreibt, ja, habt ihr auf jeden Fall schon mal eine Plattform, wo viele Leute drauf sind, die sich diese Dinger dann durchlesen und eventuell bewerten, ja. Die motivieren auch die Leute dazu, ne, etwa mindestens 1 zu 5. Das heißt, 1 Artikel selber verfassen und 5 Bewertungen für andere abzugeben. Denn, ne, die Community lebt natürlich davon, dass Leute viel Bewertungen abgeben, ja, für andere Artikel. Und dadurch, dass ihr hier Artikel schreibt und auch Bewertungen abgibt, könnt ihr eben dieser Loop R, also deren eigenen Token verdienen, ja. Und, äh, und das dann gegen richtige Loops, äh, richtige Loops sind eben die, die auf den Exchange gehandelt werden, tauschen. Ja, das heißt, ihr verdient tatsächlich Geld damit, Artikel zu verfassen, also gute, leicht verständliche Artikel als Tutorial, ja. Das ist deren, das ist ja deren, ähm, sag ich mal, nicht, äh, Aufgabe, ne, sehen die sich an, nämlich Wissen und, ähm, und Erklärungen und Tutorials zu verbreiten, um Leute insgesamt besser abzuholen aus der, ne, nicht Kryptowelt in die Kryptowelt zu bringen, ja. Und das soll eben dadurch gefördert werden, dass die Community eben diese Artikel raten, also bewerten und entsprechend auch kommentieren, ja. Das ist deren Aufgabe, finde ich wirklich super spannend, denn im Gegensatz zu allen traditionellen Plattformen, ob das jetzt Pancake, Sushi, ähm, Uniswap oder sonst was, geben die hier ihren eigenen Token tatsächlich einen, einen Use, einen Use Case, ja, einen sehr wichtigen Use Case, nämlich, das ist der, eben von der Community Bestimmten, ja. Das heißt, wenn die Plattform aufgeht, ja, und tatsächlich zu, zu einer Art Zentrum von, ähm, Wissensspeicher und Wissensaustausch wird, ja, und Leute dort hochwertigen Artikel verfassen, die leicht verständlich sind, vielleicht auch irgendwann mal in deutscher Sprache, ja. Ich habe auch überlegt, ob ich da mit Deutsch anfange zu schreiben, aber ich bin erstens ganz schlecht im Schreiben und zweitens ganz schlecht in Deutsch, ja. Wie ihr seht, ähm, es ist nicht wirklich, äh, vorteilhaft für mich dort anzufangen zu schreiben, aber wer weiß, ich meine, wenn sich hier bei uns 500 Leute finden, ja, ja, die sagen, hey, wenn du da was schreibst, ja, ein paar Sätze, wir würden das bewerten, ja, damit wir dort insgesamt einen Haufen Loop Bar abkassieren und das dann, ne, für unsere Community, für unsere Crypto Café Dau, das Absahnen, ähm, und das für unser Treasury bereichern, ja, dann würde ich mich auch dazu bereichern, dort auf Deutsch Artikel zu verfassen. Aber ihr seht, worauf ich hinaus will, ne, also der Use Case für diesen, ähm, für diesen Loop Token ist eben, dass Leute dort diesen Loop Token, äh, benutzen, ja, um, äh, um diese anderen Artikel zu bewerten, aber auch selber, ähm, Artikel zu verfassen, ja, weil du wärst ja praktisch dazu angesprochen, ne, gute Artikel zu verfassen, um dort was zu verdienen, ja. Das ist der Teil, der, der für mich auf die, für, äh, diese Plattform besonders interessant macht, ja, im Gegensatz zu, zu dem Exchange, was eigentlich nur, ja, irgendwas ist, so eine Zusatzfunktion, ne, damit eben dieser Wechsel und so stattfindet und, ah, und jetzt fragt ihr, wenn ihr euch fragt, woher denn natürlich das Geld, ne, für dieser, äh, für diese Loop Token und auch für diese Rewarding der, der, der Schreiber und so weiter kommt, das kommt zum Teil aus den Fees, ja, ihr seht hier, ne, das sind die Fees, die die verdienen auf der Plattform, das sind schon im Millionenbereich, ja, und wenn die haben, halt davon, sag ich mal, da ist nur 10%, ich weiß nicht, wie viel Prozent, ich glaube, das steht bei denen in Docs, wie viel Prozent davon tatsächlich für, für diese Community, Dings, Dings, ähm, benutzt wird, aber, ihr seht hier, ne, das ist tatsächlich, ähm, Leute, Tom Kommentar, Tom Rater, also, ihr seht, das ist nicht viel, ja, es gibt Leute, die kommentieren 19 Mal der Woche, in der Woche, ja, das sind 3 Mal am Tag, schreibst du irgendwo einen Kommentar, und natürlich auch Schreiber, ja, 8 Artikel, mhm, Abit, ah, jetzt weiß ich, wo mein Kollege sich aufhält, wenn er nicht arbeitet, ja, ähm, ja, interessant, den hier zu finden, ähm, aber ich, auf jeden Fall, ja, auch, ähm, Bewertung, ich meine, 3 und 3 Bewertung, und dann klickst du, gehst du 5. am Tag hin, ne, bringt natürlich nichts, wenn ihr einfach nur rumklickt, man sollte auch schon, ähm, die Artikel da lesen und für sich selbst Wissen, ähm, ähm, aneignen, ja. Das ist wirklich, wirklich sehr interessante Mechanik, ähm, kann man vielleicht irgendwie für unser CryptoDAO auch adaptieren, ne, weil das ist ja eigentlich auch unser, unser Goal, also Mission, ähm, in der deutschsprachigen Community, sowas tatsächlich zu schaffen, ja, wenn jemand tatsächlich vielleicht eine Idee hat, ja, oder, ja, wie man es sowas umsetzen könnte bei uns, wäre natürlich super interessant. Das war es auch schon, ja, die kurz, kurz, kurz Vorstellung der Loop Finance, ja, den kompletten, äh, Exchange-Teil lasse ich mal vorweg, weil, da, da finde ich jetzt wirklich nichts Neues dabei, was, ähm, großartig, meiner Meinung nach von, von Erwähnung ist, aber, wie gesagt, der Community-Teil ist wirklich, finde ich wirklich spannend. Ja, das war es auch schon, die Vorstellung von Loop Finance, mein Name ist Xi aus dem CryptoCafé, ciao, ciao.